Nur noch für eine Woche, meine Lieben, könnt ihr statt 10 Euro 20 Euro bekommen, wenn ihr euch über unseren Link in der Videobeschreibung bei Bitwavo anmeldet. Ihr dürft auch statt 1000 Euro 10.000 Euro gebührend frei innerhalb der ersten Woche traden. Hey Caro, Casper und Google Cloud, gute News. Ist keine neue News, ist schon länger da, aber die haben glaube ich, lass mich lügen, mit Google Query oder was war das, haben sie eine Ergänzung. Also es ist keine neue Partnerschaft, es ist eine Erweiterung. Meines Erachtens nach ist es auf jeden Fall gut und positiv zu werden, denn solche News, dass sich ein Gigant wie Google, beziehungsweise mit Google Cloud für sich für Casper interessiert, ist extrem stark. Denn das wissen wenige, nicht Casper ist auf Google zugegangen, Google ist auf Casper zugegangen bei dieser Partnerschaft. Und das ist ziemlich, ziemlich stark zu werden, meine Lieben. Aber hey, ist nur ein Shitcoin, der unten ist und niemals nach oben gehen wird. We will see. Einfach danke, warte auf den Casper Boom. Sweet. Ja, warte ich auch drauf. Aber ich kann da auch sehr gerne super lange drauf warten. Ich habe kein Problem damit. Auch wenn er diesen Buran nicht pappen sollte, habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Das ist ein Projekt, in den ich rein investiert habe, wo ich einfach weiß, dass die Fundamentals stimmen, dass das langfristig einer der Sieger sein wird. Und darum bin ich da reingegangen. Natürlich will ich in diesem Buran einen starken Pump erleben. Sollte es aber nicht kommen, bin ich auch nicht enttäuscht. Es ist, wie es ist. Ich weiß, in was ich da rein investiert habe. Und das ist der Fehler, den die meisten machen. Und ich verstehe dann auch nicht, warum die meisten dann hier auf unseren Channel kommen, wenn Casper mal leicht nach unten dippt. Ich sehe das nirgendwo bei irgendeinem anderen Channel. Nur weil ich euch von dieser Technologie berichte und euch zeige, was das für ein Ausnahmetalent ist, wenn man das so sehen darf, kommen dann die meisten und sagen, Caro, Caro, Casper ist runter, warum? Du hast, what the hell? Ja, ich habe euch erklärt, was für eine Technologie das ist. Ich habe euch erklärt, was für ein krasses Projekt das ist. Ich habe niemandem versprochen, dass er jetzt sofort durch die Decke gehen wird. Ich habe eine Price Prediction ungefähr rausgekommen, was ich persönlich erwarte, was das Projekt machen kann. Das heißt aber nicht, dass ich die Zukunft geschrieben habe und dass es genauso kommen wird.